Willkommen wieder bei einer Runde Overwatch! Ja, wir haben jetzt in der letzten Folge endlich eine Lucio-Runde gehabt. Die einigermaßen... Die war voll awesome, Kappa. Und jetzt spielen wir mit Kuiiii... Gegen... Base Cowboy! Wo bist du? Da oben, hallo! Da oben, hallo! Mit Ari und so. Wir können mal sehen, wie die Runde wird mit Mekri-Kri. Den spiel ich ja auch nicht so oft, muss ich mal ehrlich gestehen. Den spiel ich nicht so oft. Aber... Ein bisschen was... Man kann damit gut töten. Eigentlich, theoretisch, praktisch. Gut. Wir probieren einfach unser Bestes. Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Jaaaaa! Ich bin Soldier! Hihihihi! Oh nein, die haben ne... Du weißt schon... Riesa? Ja, die meine ich. Die hasse ich als Gegner. Nicht blöde? Ich bin mal daneben geschossen. Ich wollte auf die Mercy gehen. Aber dann kam doch Hanso noch dazwischen. Ah! Okay, okay, wir leben noch. Wir leben noch. Wir leben noch. Ich glaub an dich! Hallo! Junkrat! Ich muss mir auf den Kopf ziehen eigentlich. Aber es ist immer so... Gar nicht so leicht. Gar nicht so leicht. Ah! Beam! Aber... Wow, ich war jetzt grad one-hit. Oh, ich wurde wieder belegt. Ich würde gerne eine... Ich bin gleich down. Achtung, der Hanso. Ich bin down! Ich hasse diesen Streufeil! Ich glaub, das ist ein Fühl, der macht ja auch immer nur auf mich die Streufeile, der Gegner. Die hassen mich. Ja, das glaub ich aber auch. Die hassen mich einfach. Aber wir haben ihn. Hui! Begleitet die Fracht niemals. Komme! Da hüpft noch so ein Genji rum. Ich lass ihn aber einfach hüpfen. Alles daneben geschossen. Aua! Mach den da... Oh fuck, da oben ist ne Widow. Ich hab mich richtig schön auf den Wagen gestellt und mich gefreut, ne? Bom-Bem-Bam-Bi-bambi-bam-Bi-bam-Bi-bam-Bi-Dam-Bi-Bi-Dam-Bi-Dam... Leg mit dem Legs! Back, Isis! Wo bist du? Nein, ich bin auswisinnend. Ey, wo kam der jetzt schon wieder her? Ich bin auswärts in die Wand gerollt. Ach, wie dumm. In die Wand gerollt? Ja, eigentlich wollte ich entkommen. Ach so, mit dieser, mit dieser... Ah ja, ich weiß, was du meinst. Sie ist tot. Das ist schön, da vorne ist was gelaufen. Dann töte es. Mercy. Fang sie, Mercy. Wir machen jetzt mal was, Leute. Wir machen jetzt was ganz cooles, Leute. Wir kommen die ganze Zeit nur von hinten. Ach so. Ich brauche Heilung. Wo bist du? Unten. Warte. Hast du? Ja, ich warte, aber es kommt nichts. Danke. Danke, danke, danke. Wir sollten mal zum Auto entschieden. Naja, ich brauche aber Heilung. Ich brauche aber Heilung, verstehst du das? Ich verstehe das nicht, ich verstehe ja. Oh, da oben. Ah, Stunde. War das deine? Nein. Nein, nein. Gut, hat auch nichts gebracht. Mensch, diese Widow hat das aber voll auf mich abgesehen, oder? Da stehen zehn Leute und sie schießt auf mich. Bam! Ich habe irgendwie geschafft, ein paar zu töten. Willst du aber endlich tot da rum? Ich bin nervig. Alter, dieser Genji. Ich sehe gar nicht, wo der ist. Hinter uns. Hinter uns. Da darf er da bleiben. Da darf er bleiben. Ja, du bist irgendwie ganz weit weg. Aua, ich werde beschossen. Ich werde einen Arzt gebrauchen. Ach, jetzt kann man von hinten. Ja, aber er ist down. Shit, shit, shit. Ah, die haben so unten gegen den Boden eigentlich. Oh Mann, nein! Dieser Streufeil, Leute. Der macht mich einfach fertig. Ich hasse diesen Streufeil. Ah. Aber Leute. Wir haben ein paar coole Kills gemacht bisher. Muss man ja mal sagen. Ein paar. Wir haben immer rumgesneakt und die Leute weggeholt. Alle sagen Hallo. Wie steht's denn? Ja. Ja, denn oben, den hätten sie aber nicht mehr bekommen. Ich bin runtergefallen. Das ist ja nicht so klar. Ich bin durch den Boden geglitscht. Ich kann nicht durch den Boden glitschen dort, oder? Weißt du? Also ich kann da doch nicht runterfallen. Da durch diesen, wenn du, da ist ja so ein Eingang quasi, weißt du? Ja. Da kann man doch nicht durch den Boden gefallen. Ich bin irgendwie durch den Boden gefallen. Also das sind mehrere Stellen, da kannst du direkt runterfallen. Ja, aber, aber... Ich bin doch nicht da. Quasi. Weißt du nicht, mein? Ja, Genji in seiner Ulti aufgehalten. Ergeben sie sich. Ergeben sie sich. Wir brauchen eigentlich nur die Mercy. Wo ist sie? Nein! Ich würde mich eigentlich heilen gehen. Sehr gut, das war nicht so gut jetzt. Wir müssen doch einmal gemeinsam vor... Die Orisa ist gut. Ja, ne? Unsere oder die gegnerische? Die gegnerische. Finde ich geht. Falls unsere besser. Der Solidarität hat, glaube ich, nicht viel gebracht. Genji rasiert. Okay. Na! Und guck, da wo du jetzt langläufst gleich, da bin ich einfach durch den Boden gefallen. Da kann man doch nicht durch den Boden gefallen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Durch dieses Tor. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Hier. Alter. Jetzt bin ich gestorben, weil ich... Alter! Auf geht's! Auf geht's! Oh yeah! Ich rolle, rolle, rolle... Ich rolle, rolle, rolle... Alle tot! Außer Genji! Ne! Mein! Der Hanso! Immer daneben geschossen grad. Das ist traurig gewesen. Los geht das! Ich würde halt echt gerne mal von hinten die Ulti einsetzen. Aber die wissen andauernd... Die sehen mich immer. Die sehen dich, ja. Ach man. Dann fühlt man sich wie... Das ist halt einer böse Sachen. Der ist halt ein Arsch. Auf geht's! Wir können's schaffen! Oder? Oh, Solidarit! Aua! Hör da, Lucio! Boah! Visier natürlich wieder auf mich! Ich hab die Ulti gefangen! Wo kam der jetzt schon wieder? Warum treffe ich denn die? Ich schieß immer daneben. Ich bin grad ein richtiger Profi darin... Daneben zu schießen. Ultraauri. Ich hab grade... Weißt du, was grade passiert ist? Nein! Ich hab mich mit meiner, ähm, Dings hochkatapultiert quasi, ne? Du hast ja eine mit Farrah, wo du dann so hochgeschossen wirst quasi. Ja. Und in dem Moment hat Hanso ein Pfeil auf dich geschossen, hat aber mich getroffen und mir einen Headshot gegeben. Das ist natürlich scheiße. Das ist natürlich scheiße. Auie! Da Genji! Oh, die Heilung! Ich hab mich gerettet! Weiter, weiter, weiter! Das können wir vielleicht schaffen jetzt! Immerhin. Immerhin. Immerhin ein Dreifachkill gemacht. Kriegt zwar nix mehr anscheinend. Ah. Man, das ist ärgerlich. Schade. Es war aber ne coole Runde trotzdem. Leute. War trotzdem ne sehr coole Runde. Jetzt kommt Visier. Jetzt seid ihr alle down. Jetzt seid ihr alle down. Nein. Kämpfen und wir schlagen uns noch wacker. Einfach Restexperm, oder was? Ich glaube, wir kriegen das noch. Oh mein Gott, Alter! Yeah! Uh! Das war die Horror-Runde. Das war intense. Real intense. GG, Alter! Der mit seinem... Der wahrscheinlich von hinten irgendwie seine Ulti benutzt hat, oder so. Ja, ja. Ahne, die. Und da hat er mich noch geholt. Oh! So, typisch Hansu. Irgendwo von oben. Bling! Ich abworte den Heiler. Das haben Heiler immer verdient. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Das war wieder eine wunderbare Runde Overwatch. Und wir sehen uns bei einer anderen wieder. Ciao! Tschüss!